Ja, ihr lieben Yoshis und ihr lieben Kirbys, zieht euch warm an, denn es wird weiterhin scheiße kalt hier, hier im Gebirge. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Donkey Kong Country mit dem guten Clou-Souke. Hello! Und ich hab gehört, Clou möchte gerne eine Runde schwimmen gehen. Äh, ja, leider muss ich ja schwimmen gehen, ne? Also, ich bin jetzt ganz alone. Ach nein. Oh doch. Das sind Blooper. Ja, ja, aber du weißt, dass es gleich noch kommt, ne? Ja, extra ganz langsam. Erinnerst du dich doch an diesen Freund? Ah! Leck mir doch die Eier wund. Also, Drake, ne? Mhm. Du bist dran. Oh, du bist doch ein... Das macht er... Das macht er doch jetzt nicht mit Absicht. Hilfe! Gib weg! Eigentlich war das nicht mit Absicht, dass ich gestorben bin, aber... Lüg mich! Ich weiß, dass du das mit Absicht machst. Das hast du beim letzten Mal schon mit Absicht gemacht. Ja, würde ich niemals machen. Schwimm schneller! Ich würde sowas niemals machen. Sollst du lügen? Was heißt das? Wir sind einfach nicht mal ein Ding. Daran liegt das. Ach, und dann denkst du, du brätst sie mir über. Na, sehr nett. Ja. Schneller, 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 schneller. Ich mag euch nicht. Voll unnötig. Fässer unter Wasser. Kannst du auch gerne abgeben, wenn du umfassst. Nö. Irgendwo habe ich ja auch mein Ego. So. Jetzt habe ich es dir gegeben. Siehst du. Und ich würde mich niemals mit Absicht umbringen im Spiel. Ja. Wie kann ich dir sowas nur vorwerfen? Ja, ist halt wirklich so. Kannst du nur. Leben. So eine Kackkacke, du. Wir sind aber da langsam... Struggeln gewesen. Aber die Musik ist schon. Du weißt, dass er so rumgeht, ne? Dass er dir jetzt entgegenkommt gleich. Was? Ja. Er kommt mir entgegen. Clou. Hab ich gesehen. Ach so. Der macht hier eine Runde, die Sau. Jetzt gibt es Froschenkel. Fässer unter Wasser. Das ist nötig. Mhm. Total. Hi, Fisch. Hi, Fisch. Sohn deiner Mutter. Ganz ruhig. Oh, oh. Viel Spaß. Ich würde ihr helfen, aber ich bin leider nicht da. Ja, da hat ihn der weiße Hei gefressen. Kackspiel. Sagte er und krepierte auch. Blub, 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 blub. Schwach. Ich dachte eigentlich, dass er nach rechts... Schwach. Ich dachte eigentlich, er geht nach rechts. Schwach, Clou. Schwach. Bruder! Magie! Gott, sind wir schwimmen. Wieso kann er denn durchschwimmen und ich nicht? Der hat Wallhacks an! Wer? Ja, der Hai! Stimmt ja gar nicht, du bist einfach nur zu blöd zum Schwimmen, das ist alles. Nein, guck jetzt, der Hai hat Wallhacks, siehste? Der kommt einfach aus der Wand. Der Hai ist einfach nur klüger als du. Nee, sag Hai. Du hast noch den Frosch vergessen, wir hätten Leben gekriegt. Oh, der fliegt da oben. Nein. Siehst du, schwimmt da oben, entschuldige. Scheiß auf den Fräger, ich will hier durch. Hi. Fisch. Verpiss dich. Ich hab schon gedacht, vielleicht hast du den ja vergessen. Nee, den hab ich nicht vergessen. Aber den ja gleich kommt. Ah, die zwei Friggel da. Siehst du? Aber keine Sorge. Da ist jetzt zum Glück das nächste Fass. Möchtest du ihn mir gerade etwas überlassen? Ja, ich war am überlegen. Ja, ja. Ob, äh... Ich könnte jetzt, äh, Assi sein und einfach wechseln. Mach doch, egal. Nee, nee, es muss ja gemacht werden, wenn du es nicht weißt. Wenn du den Controller halb weglegst. Geht halt links. Du meinst so? Ja. Hab ich zu spät gesehen. Ist mir egal. Vielleicht wären da Leben gewesen. Ich hab grad schon Leben geholt. Na und? Vielleicht wären da noch mehr gewesen. Hast du mal nachgedacht? Oh, 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 oh! Ich hing fest. Er hing fest, Leute. Er hing fest. Ja, ich hing fest. Hast du ein Problem damit? Ja, nee, keine Sorge. Schwimm um dein Leben! Nee. Froschi! Oh. Die Unterwassermelodie ist wirklich schön. Da liegt dran, Hai, Fisch. Du mieser kleiner Penner. Ich habe doch gesagt, irgendwann muss ich das mal machen. So ein mieser Drecksack. So. Links hätte ich auch wieder schwimmen können, oder? Ein bisschen danach raus, hätte ich schon nach links schwimmen können. Gute Frage. Stimmt, da war das Leben, glaube ich, versteckt. Fisch, ja, du wolltest nicht da unten hinschwimmen. Selber schuld. Ja, wer weiß, dass da unten noch versteckt wäre. Denk aber dran, du kannst die Viecher trotzdem nicht damit aufschließen, ne? Nee, aber wir sind schon mal auf jeden Fall schneller. Du kannst... Ich habe es dir gesagt. Hey, komm her, du Kackfisch. Der ist weg. Der ist jetzt... Uh. Aha. Der hört ja nicht auf mich. Ich habe ihm ja gesagt, dass das klappt, bricht. Aber kann er auf einen hören? Ich wollte ihn ja nicht aufspießen, ich wollte er nach oben. Die kannst du aufspießen. Ja, nee, ich war noch im Gucken, da noch was war. Exit! Exit! Alles muss der Drake mir überlassen. Pst. Pst. Aha. Aha. Ja, schon klar. Endlich jemand, der sich meine Geschichten anhört. Also hör zu, ihr Kinder seid doch alle schrecklich verweichlich. Fängt er jetzt schon wieder damit an? Ich glaube, ja. Als ich noch ein Jungspund war, gab es noch richtige Spiele, blablabla. Hey, wir drücken meinen Text hier weg. Was soll das denn? Lauter, ich höre schwer. Oh Gott, schnell hier weg. Nichts wie weg. Ups, falsch, ich schuhe. Dim, 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 dim. Du Birnendrama. Oh nein. Achtung, wichtiger Hinweis an alle Zuschauer, die dieses Video gerade gucken. Wenn ihr unter Epilepsie leidet oder generell Probleme mit grellen Lichteffekten habt, möchte ich euch bitten, das Video um zwei Minuten vorzuspulen. Das nächste Level ist sehr dunkel und durch den blöden Geier, der die Lampe dauernd hin und her dreht, blitzt es so hart auf, dass selbst ich Augenprobleme kriege. Deswegen, kleiner Hinweis, spult das Video um zwei Minuten vor. Danke für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß mit dem Rest des Parts. Euer Drake. Geil. Viel Spaß. Oh Gott, das ist dieses Scheiß-Level auch noch. Ey, da ist ein Kanarien-Vogel bei dir. Und da ist das K. Scheiß auf das K. Und das K, Mann. Ich will gar nichts. Stimmt, das hat dieser Scheiß-Blitzeffekt. Ja. Ja, ihr Lieben, es tut mir leid, da können wir leider nichts für. Das Spiel ist leider in dem Moment echt blöd gemacht. Sprich, diejenigen, die unter Epilepsie leiden und so weiter, denen rate ich. Ja, aber die Leute, die Epilepsie oder so haben, die gucken doch keine Videos. Und spielen. Aber das war der Mann nicht so sicher. Das ist so ein Spinner. Dieser Blend-Effekt, der nervt aber echt. Er ist richtig hart, ey. Also, da haben selbst wir Schwierigkeiten. Ich hoffe, sie haben das in den nächsten Teilen besser gelöst. Als ob ich um ein Haar daneben gejumpen. Die Kongs Fresse war doch genau auf der Platte. Hätte er sich nicht irgendwie festhalten können? Nö. Wie Assassin's Creed oder so? Oh, alter, dieser Effekt, ey. Was? Ich bin schon wieder an dem Ding. Komm's gleich wieder. Ich sehe es kommen. Oh, ich sehe es kommen. Mann, dieser Effekt nervt. Was sind das überhaupt für Dinger? Eng. Oh. Da war schon das Exit. Okay. Geh jetzt schneller als erwartet, ne? Da ist ein Candy. Da ist was Süßes. Ja, willkommen in den Candy-Show. Willst du sagen, speichern? Ja, definitiv. Speichern muss sein. Soll ich euch Affen was abspeichern? Ist ja extra so gesagt. Gib mir einen Kuss-Clou. Oh, wie lange wir schon gezockt haben, ey. Funkys Flügel. Selbstgestrickte Brücken. Ich hoffe, du magst Brücken. Ist heute Brückentag? Nein. Noch nicht. Keine Ahnung. Hol mich raus. Ey. Holst du mich wohl raus? Eiskalt, der Junge. Eiskalt, der. Du. Oh, du Dreckiger. Ja, leg doch nicht den Controller weg. Du. Verdient, Alter. Verdient. Ein bisschen Spaß muss sein. Man muss dich auch ein bisschen ärgern gegenseitig. Ja, das stimmt. Und das machen wir ziemlich gerne. Ja, gerade Yoshi, du gehst eigentlich nur. Mhm. Du kannst wenigstens auf die Digger springen. Das kann ich nicht. Kannst du schon, nur du brauchst einen Doppelsprung. Echt? Ja. Da ist eine Bibabumsebiene. Gigi, easy. Summ, summ, summ. Brumm. Nein, summ, nicht brumm. Brumm. Da hilft er wie so ein junger Gott. Oder auch nicht. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's kommen sehen. Der Sechs vom Schwein strengt das Fass, wenn ich das sehe. Ich hab gedacht, ich könnte weiterschwingen. Aber leider hat das nicht so funktioniert, was ich mir gedacht habe. Ich wollte Klu eigentlich wegwerfen wie Müll, aber hat leider nicht geklappt. Ah, der klippiert. Du nicht? Schade. Nö. Hui. Um Haaresbreite, du. Haaresbreite, wortwörtlich. Guck mal, da sind deine verschwitzten Männer wieder. Aber bei den Bienen hab ich das Gefühl, da ist die Hitbox von Dilikon besser, weil die ja kleiner ist. Mhm. Das sind Pro-Skills hier. Pro-Skill. EG. Großes Leben will ich voll machen. So. EG. Da Bananen sitzt dir doch niemals wert. Spacken, Alter. Ich wollte nur den Herzinfarkt bereiten. So. Maaaand, Dini! Uah, ja. Der arme Klu. Irgendwie ein bisschen langweilig, dass die alle die selbst Sounds haben, oder? Ja. Aber das war das erste, Doki, die kommt, oder? Das stimmt allerdings. Ich weiß gar nicht, im zweiten hatten sie, glaube ich, mehrere. Ich meine auch. Ja, ich hab Teil 2 selber... Weißt du, wie lang das her ist? Du bist doch unser Donkey Kong Spieler. Donkey Kong, den 2. Den 2. hab ich so gut wie gar nicht durchgespielt. Na, dann wird das ja mal Zeit. Oh my fucking goodness. Hättest doch einfach weiter springen können. Ey, Alter, macht's doch besser, man. Mach ich's ja auch. Ja, echt mal. Ich stehe hier einmal wieder zurück. Alter, lass uns was rüber. Ich mit dir. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Jetzt gibt's hier sogar einen Doppelpacken für dich. Geil! Jetzt muss er erst mal angeben, was für ein Pro-A hier ist. Yeah, easy. Warum... ...jumpst du nicht, du Furze? Entschuldigung. Jetzt glaub ich dein Partner. Alles gut. Piep einfach raus. Du piep! Alter! Du da direkt reingelaufen bist. Ja, solche Dinge können auch mir passieren. Nicht nur dir. Ja, ich verzeih nochmal. Dann bin ich ja froh. Jetzt ist er happy, jetzt hat er einen neuen Trick gelernt. Ja. Na gut, er kann bei einigen Sachen ganz schön hilfreich sein. Na super. Zu wieder übernehmen. Du findest doch... Warte, ich mach dir jetzt mit. Wart's sagen. Überlass mir die springenden Gegner. Auf jeden Fall. Oh, leckst du mich fett. Oh, leckst du mich fett! Oh, leckst du mich fett! Ende. Ja, und beim nächsten Mal sind wir schon bei Gegner. Oder wollen wir den Gegner mitnehmen? Ist dein Part. Musst du entscheiden. Na komm, ja, nehmen wir den mit. Dann können wir in den nächsten Part gleich... Wee! Gloris-Raserei! Oh mein Gott! Die ist ja hässlich. Die hat auch immer... Der springt immer höher als beim letzten Mal, ne? Ey, tut mir so. Warum kam ich nicht vorbei? Gute Frage. Alter! Digga! Mach mal keinen Scheiß hier! Was?! Du Dreck-Sau! Alter! Er hat sein Kampfmuster hier. Geil! Wie mies! Ey, Justin Bieber, ey! Jetzt gibt's Stress hier! Aber was denn für ne Sprungkraft hat? Du musst ja irgendwo warten, ne? Yeeeey! Easy! Peace! Get the Force! Wir sind klug und cool und geil! Krampz Krampz DmbH! Ja, dann würde ich sagen... Ja. Wir können sogar wieder zurückknochen, um zu speichern gleich. Wollte ich sagen? Machen wir! Ja, wir sehen uns beim nächsten Part! Ganz genau! Leute! Also... Und nicht vergessen auch bei Clou auf dem Kanal vorbeischauen, denn wenn ihr das ganze Let's Play verfolgen wollt, müsst ihr nämlich an Dauern hin und her gucken! Und nicht vergessen, Clou auch ein Abo dalassen! Der freut sich! Der kleine Kirby hier! Ne? Ja, dem Vogel hier muss man ja auch ein Abo dalassen! Hi! Was ist eigentlich Yoshi? Ein Dinosaurant-Fugel? Hey, er kann fliegen! Na gut, bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao ihr Lieben! 行end! HeamesBien! Jņš